Tja, nun hat es sich für 2013 ausgedschungelt. Unser siebenfacher Schweinerammler mit der großen Vergangenheit und dem kleinen Verstand hat zum ersten Mal in seinem Leben etwas gewonnen. Dieter Bohlen wird zu Hause sitzen und sich in den Po beißen, dass er dieses große Talent hat gehen lassen. Ja, und jetzt bleibt nur noch eines zu sagen. Ja, äh, let's getty to Joey. Die komplette 5-Minuten-Parodie vom Dschungelcamp 2013 findet ihr in der aktuellen Folge von Fernsehkritik TV. Link in der Videobeschreibung. Ja, und nicht vergessen zu abonnieren, meine Hasen. Also gerne zu abonnieren. Willkommen Mit der Videobchreibung. Vielen Dank.